Ich kack's immer wieder ab hier. Also heute ist ja wohl der Wurm drin. Ist ja echt der Wurm heute drin. Das Team nimmt derzeit aus. Keine Ahnung wieso. Scheint alles okay zu sein hier ne. Speichern mal ab und dann guck ich mal ob ich da irgendwie bisschen Ärger machen kann. Dann schauen wir mal. Ein bisschen rumfallern. Mal sehen wo der ist. Ah ist kalt geh ich da jetzt hin. Komplett voll. Hat sie alle erledigt. Komm wo bist du? Gleich von hinten bäms. Oh. Ist wohl nicht da. Ich weiß nicht wenn ich das Ding hier rein klatsche. Ich weiß nicht wenn ich das Ding hier rein klatsche. Und weg. Mit genügend Ruhe und Vorsicht haben wir es gemeistert. Ziel abgeschlossen die ganze Zeit oder das? Ich hab kein Ziel. Okay. Ah jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. schön die karte klicken rechts neben mir da ist doch nichts das einzige was da ist ist das ja das ist ja falsch nicht so gerade aussehen dann vielleicht hier ist nix aufstehen nope oh shit ist alles so laut es ist alles so gut es ist alles so gut es ist alles so gut Da kommt man auch nicht vor. Ich kann auch mal schießen hier in dieses Spiel. Das erste Mal muss ich jetzt hier anfangen immer zu schießen. Ah, ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass ich schieße, wahr? Ich schieße immer auf mich, immer auf mich. Oh, jetzt kommt es einfach. Das ist nass. Ah, das war ein Falltreffer. Wieso lädt er denn nur eine Patrone? Wieso lädt er eigentlich nur eine Patrone? Wieso lädt er denn eine Patrone? Muss ich da mehrmals draufklicken, oder? Wie viele Bilder? Mama, gucken. Der ist voll. Okay, ich hab schon eine Scheiße gebaut. Das ist eine Kamera. Oh, das ist ein Alien. B. Das ist ein Alien. Das ist ein Alien. B. Er hat sich eingeschnappt. Und... Die anderen sind dann mal eben, oder was? I have to leave. Der Sieg ist fort. Das ist klar. 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 Der Sieg ist leicht aus dieser Entfernung. Der Sieg ist leicht aus dieser Entfernung. Ja. Das ist Scheiße. Ich treffe keinen. Ich treffe keinen. Drei Schuss haben wir gut. Drei Schuss haben wir gut. Ah! Es getrückt halt. Ich komm ja nicht mal an diesen Tunzel da. Na jetzt. Was machen sie jetzt? Ich komm ja nicht mal an diesen Tunzel. Ja ich komm ja nicht. Es ist nicht so. Wenn ich das nicht so. Es ist einfach so. Ich bin so. Es ist ein Handel. Ich bin so. Es ist ein Handel. Ah, das gibt's doch nicht. Ach Mensch, diese Scheuerbung. Ah ja, ich muss ja gedrückt halten. Ist ja nichts. Wow, der erste Kampf im Spiel. Naja, sonst keine andere Möglichkeit. Oh mein, da vorne ist das Ding. Was tut das? Kann man nachfügt? Das ist jetzt so kräftig. Ist auch irgendwie ganz wohl. Okay. Warte, wo waren denn der Tierzugriff? Das ist alles. Verstehen wir. Oh, was war denn das nochmal für die Tierzugriff? Das war da hinten, der Zugriff war, das kann nicht sein. Das war ja sowieso schon offen. Na gut. Das ist der Sound überall. Jetzt ist es verdammt euch. Was ist um die Anlage anscheinend. Das ist alles voll, das ist ja ein bisschen kacke. Wahrscheinlich dieser hat nicht über Zugriff. Andere kann das ja nicht sein. Ich höre einfach nicht, dass mich in Ehen gewischt. Okay, das ist der Durchgang. Da geht's woanders hin. Ich habe ja die Anlage. Oh, mein Gott ist ohne was. Fertig, warum hab ich es für die Anlage? Man muss das, wenn ich eine Anlage für die Anlage für die Anlage für die Anlage für die Anlage ist. Das war's für heute.